Mein Name ist Luana Kowalski und ich bin Hochzeitsnachtregisseurin. Um den Paaren dabei zu helfen, ihre Nacht, ihre besondere Nacht, möglichst ansprechend abzulichten, ist es mir besonders wichtig, ihre Intimität zu wahren. Beim Einrichten der Mise en Seine bin ich praktisch unsichtbar. Und was meine Regie angeht, so sehe ich mich ganz in der Tradition des Direct Cinema. Also minimaler Eingriff, maximale Authentizität. Action!